was geht ab liebe anu freunde letzte woche da haben wir eine umfrage gemacht ob es vielleicht interesse an so einem einsteiger let's play gibt hier auf diesem youtube kanal und was soll ich sagen ich habe einfach überhaupt keinen bock mehr auf bügeln ja geil ja und damit herzlich willkommen und hallo hier zum let's play für einsteiger bei meinem youtube kanal vom kontor bis zum investor ist der titel den ich gewählt habe genau das wollen wir nämlich machen wir werden gleich mit einem schiff uns eine geeignete insel aussuchen werden dort unser erstes kontor errichten und bauen dann so lange hier in diesem let's play weiter bis wir den ersten investor auf unserer insel beheimaten und dabei geht es überhaupt nicht um rekordbau um geschwindigkeit sondern es geht eher um gemütlichkeit und um gründlichkeit denn ich möchte unfassbar viel erklären und euch auch gewisse stolpersteine versuchen aufzuzeigen im spiel wo ich glaube dass man vielleicht als anno einsteiger schwierigkeiten bekommen könnte und das ist schon ein gutes stichwort denn für mich treten die ersten schwierigkeiten beim anno einsteiger immer schon bei der wahl der richtigen spieleinstellungen auf wenn ich hier also auf neues spiel und dann natürlich nicht kampagne sondern freies spiel machen wir jetzt mal die kampagne kann man auch gerne spielen als einsteiger da wird auch unfassbar viel erklärt habe ich auch mal angefangen das projekt kampagne gibt es hier wo ich die komplette grundkampagne durchspiele verlinke ich euch gleich mal hier oben wenn euch das interessiert schaut euch auch gern diese folgen an da gibt es auch viele edits und so so ein bisschen lustig unterhaltsam gemacht vielleicht ist das ja auch was für euch ansonsten geht es jetzt hier mit dem freien spiel weiter und wir setzen das ganze fort und gehen jetzt hier natürlich mit weniger hilfe weil die hilfe die bin ja ich also wir gehen mit weniger hilfe hier rein und dann suchen wir uns hier jemanden aus ich muss ganz ehrlich gestehen ich bin immer der dicke das passt ganz gut so ich bin immer der dicke wir wählen uns hier also hier kann man auch nichts falsch machen wir nehmen jetzt heute mal den leuchtturm und wir nehmen mal orange gibt es ja leider nicht was ist nah dran an orange vielleicht gelb nehmen wir uns mal gelb heute als farbe und wir sind jetzt hier heute definitiv der erklärbär ja so erklärbär sieht komisch aus das wort macht nichts wir nehmen alle dlcs mit falls wir die später noch mal brauchen ich werde aber erstmal komplett ohne dlcs spielen so dass ihr quasi wenn ihr anno einsteiger seid weil das würde ich euch auch empfehlen diese ganzen dlc dinge erstmal auszublenden und mal grundständig versuchen in spielstand hochzuziehen ich habe sie drin wir benutzen es aber zum größten teil nicht sage ich mal so da könnt ihr einfach weiterklicken und jetzt wird es langsam interessant ich würde sagen wir starten jetzt hier auf normal da haben wir besonders viel startkapital wir haben großen einfluss was das alles ist werden wir gleich sehen große welt und inseln ihr könnt euch also gut verewigen reiche erzvorkommen ihr habt genug rohstoffe fruchtbarkeiten sind viele da ihr kriegt alles zurück wenn ihr mal was abreißen müsst das ist alles in den ganzen anderen spielständen etwas anders in den anderen schwierigkeitsstufen und ihr könnt die gebäude einfach kostenlos hin und her schieben wenn euch was nicht passt genau so machen wir das jetzt mal ist ja ein einsteiger let's play hier und dann starten wir das ganze und schauen mal was sich jetzt so ergibt ich warte mal bis der spielstand geladen ist und dann sehen wir uns gleich wieder so da sind wir auch schon wieder jetzt können wir hier unten auf diesen hübschen knopf segel setzen klicken und dann geht das ganze schon los und natürlich habe ich ganz vergessen habe am anfang schon ein bisschen quatsch erzählt wenn wir auf normalem schwierigkeitsgrad spielen dann habt ihr schon eine insel deswegen passt ja der titel noch viel besser vom kontor zum ersten investor ihr braucht also nicht mehr mit dem schiff losfahren und euch dementsprechend versuchen das allererste was wir jetzt machen wenn wir dieses kontor haben ist wir nehmen dieses schiff hier das hat hier noch ein paar dinge geladen die laden wir jetzt erstmal einfach alle ganz entspannt aus sodass das schiff leer ist soweit das denn geht gut das holz bleibt drauf und dann fahrt ihr mit dem schiff einfach mal irgendwo hin und erkundet ein bisschen die karte die ist jetzt hier hinter mir versteckt ich versuche mal so ein bisschen an die seite zurück wo muss ich denn hin da muss ich also hier seht ihr die karte jetzt da könnt ihr euer schiff dann irgendwo hin klicken auf der karte mit der rechten maustaste und dann fährt das schiff und erkundet einfach mal ein bisschen die insel denn es gibt hier sogenannte händler auf der insel und bei diesen händlern könnt ihr rohstoffe einkaufen außerdem findet ihr eure kontrahenten hier haben wir jetzt den kontrahenten willy wibblezock gefunden der wohnt also auf dieser insel hier das ist auch immer gut wenn man die schon mal sieht mit denen kann man nämlich potenziell auch handel betreiben früher oder später der hat schon angefangen zu bauen der ist ein bisschen schneller als wir keine angst den kriegen wir schon gleich wieder noch eingefangen so dann gehen wir mal zurück und jetzt geht es halt schon los ich werde jetzt auch immer mal wieder auf weiterführende videos auf meinem kanal verweisen da gibt es nämlich das ein oder andere video schon zu anno 1800 was dann bestimmte sachen noch ein bisschen mehr ins detail erklärt als wir das jetzt hier machen das erste was wir brauchen ist ehrlicherweise ein marktplatz den müssen wir bauen wir bauen jetzt also irgendwo wo ein bisschen platz ist ich würde sagen wir bauen ihn nicht direkt hier an die küste ihr wollt da ein bisschen platz drum haben denn dieser marktplatz der hat so einen gewissen radius um sich rum wo er was tut wo er einwohner mit etwas versorgt ja und deswegen bauen wir den was ein bisschen mit sich jetzt zum beispiel hierhin so ja und dann bauen wir da ein paar straßen dran denn in anno 1800 ist es so alle gebäude die ihr baut müssen mit einer straße mit dem kontor verbunden worden werden nicht ganz alle aber die meisten merkt euch einfach alle das ist völlig okay wenn ihr alles verbindet dann macht ihr nichts falsch so und jetzt haben wir das verbunden das heißt wir haben unseren ersten marktplatz den rahmen wir jetzt mal noch so mit straßen ein das finde ich immer so ganz hübsch so einmal drumherum fertig und jetzt braucht ihr als nächstes häuser wir haben also hier unten diesen marktplatz gebaut jetzt das nächste was wir bauen wollen sind bauernhäuser und bauern das ist eure erste bevölkerungsstufe die bauern ihr könnt noch keine anderen häuser bauen weil eure insel euer imperium ja einfach noch nicht groß genug und noch nicht weit genug entwickelt ist deswegen bauen wir bauernhäuser und von diesen bauernhäusern könnt ihr ehrlicherweise jetzt am anfang maximal zehn stück bauen warum zehn stück genau das erkläre ich euch nämlich in meinem tutorial video der beste startet anno 1800 hier oben verlinkt wenn ihr also hier mit dem video durch seid merkt euch das oder wenn er sagt ich komme nachher hierhin zurück dann jetzt mal da oben draufklicken dann könnt ihr euch das genau angucken wie man jetzt wirklich den idealen start hinlegt um vielleicht auch im multiplayer seinen kollegen dann ein klein bisschen zeit abzunehmen das habe ich da also mal dementsprechend erklärt wir bauen also jetzt hier diese zehn häuser von denen ich gesprochen habe zehn stück da haben wir sie und jetzt seht ihr schon hier diese roten symbole das ist eine straße weil der beschwert sich jetzt keine anbindung an den hafen wie soll der jetzt bitte schön hier zu unserem tollen kontor kommen das ist das was ich gerade meinte deswegen bauen wir jetzt hier wieder einfach eine straße darum ihr fragt euch wie hat der jetzt eine straße gebaut ganz einfach wenn ihr es drückt auf der tastatur ich benutze ganz gerne so short cuts so kurz befehle auf der tastatur wenn ihr es drückt dann kommt ihr automatisch hier in dieses straßen baum shortcuts gibt es eine ganze menge in anno 1800 das ist erstmal nicht kriegsentscheidend ihr könntet die straße auch ich fahre mal so ein bisschen an die seite hier unten direkt neben mir jetzt anklicken also quasi moment da ja und dann könnt ihr die auch bauen den feldweg ist es ist ja noch keine straße ist nur ein feldweg das würde auch funktionieren ich bin immer so ein shortcut fan wenn ihr da ein bisschen mehr noch lernen wollte was so shortcuts angeht auch da hier oben mal wieder ein video ihr merkt es gibt schon jede menge videos auf meinem kanal so jetzt haben wir das jetzt haben wir natürlich hier dementsprechend immer noch ein bisschen holz und eisen und sowas über hier oben seht ihr immer genau was ihr für rohstoffe habt wir haben 45 bretter noch ja und wir haben zehn stahlträger so und jetzt müssen wir mal gucken dass wir jetzt nach produzieren denn wenn ihr weiter baut ihr habt vielleicht gemerkt diese bauernhäuser die kosten jeweils zwei bretter so und damit wir jetzt dementsprechend wieder neue bauernhäuser auch gleich bauen können und uns die bretter nicht ausgehen brauchen wir da jetzt mal eine bretter produktion und die würde ich sagen bauen wir irgendwo ganz anders hin und die bauen wir hier hinten hin exakt so wie ich die auch immer baue und wie ich die in meinem tutorial zeige was ich euch vorhin schon empfohlen habe und zwar brauchen wir als erstes hier unten wenn ihr auf die bretter produktion geht das finde ich ganz schön gemacht in anno 1800 ihr habt das mit symbolen hier unten angezeigt hier gibt es bretter alles klar und dann bauen wir holzfällerhütten ja und zwar bauen wir hier irgendwo die erste holzfällerhütte hin machen wir das so ein bisschen am rand hier kommen oder ist da was ne da ist nix wir bauen mal eine holzfällerhütte und jetzt haben wir hier so einen gewissen bereich seht ihr den der so grau erscheint und dieser graue bereich heißt dass in diesem bereich der holzfäller bäume anpflanzt und auch wieder abholzt um eben baumstämme bzw holz produzieren zu können und wenn ihr da jetzt was reinbaut ihr seht das jetzt hier dran da erscheint dieser bereich der neue holzfäller hat jetzt über seinem kopf drüber stehen 100 prozent wir gehen mal ein bisschen näher ran so 100 prozent das bedeutet der würde mit 100 prozent produktivität arbeiten wenn ich jetzt näher rangehen den anderen holzfäller seht ihr dass von beiden holzfällern die produktivität sinkt weil die nicht mehr genug platz haben um bäume anzupflanzen weil die sich jetzt natürlich um das land kloppen sozusagen die streiten sich ja und damit das nicht passiert würde ich einfach empfehlen die hier so wirklich nur einmal überlappend zu bauen so mache ich das immer so dass die genau in einer linie stehen und dass die aber nur eine graue linie so wie bei mir jetzt hier wir gehen noch mal näher ran dann sehen wir das ein bisschen schöner so dass die nur eine graue linie überlappen zack und dann macht ihr das ganze hinten ein drittes mal so und dann bauen wir jetzt einfach ganz entspannt hier auch noch mal eine straße rein denn wir müssen ja alle gebäude wieder anschließen wissen wir ja mittlerweile so jetzt brauchen wir eine ganz lange straße die bauen wir mal hier so rüber zack so jetzt haben wir das auch angeschlossen jetzt produzieren wir sehen wir hier hier fliegen schon unsere ersten unsere ersten baumstämme hoch jetzt produzieren wir holz aber ihr werdet sagen kein lagerhaus in reichweite da ist ja immer noch dieses rote symbol drüber richtig denn natürlich ist das von hier über diese mega lange straße für die armen holzfäller jetzt viel zu weit ja um das holz bis hierhin zu unserem kontor wo es eingelagert wird zu transportieren deswegen bauen wir denen jetzt hier hinten ganz exklusiv ein eigenes lagerhaus hin und das funktioniert so dass dieses gebäude hier unten was ihr hier seht neben mir lagerhaus diese blaue gebäude mit der kiste drin und dieses lagerhaus bauen wir jetzt einfach hier so mittig hin damit alle holzfäller damit die beiden äußeren holzfäller ist gleich weit haben um da ihre waren hin zu transportieren zack so da haben wir es schon das heißt jetzt geht's auch los jetzt seht ihr an allen drei holzfällern fährt direkt der pferdekarren los hier mit holz aufgeladen mit waren aufgeladen und bringt die jetzt hier zum kontor ja das passiert hier hinten auch hier kommt auch noch einer da die sind jetzt ganz fleißig und bringen das dahin und jetzt steigt euer holzlager stand ihr könnt hier draufklicken auf dieses lagerhaus so wie ich das gemacht habe und erhaltet hier rechts diese übersicht aller waren die im moment besitzt oder auch nicht besitzt wir haben nämlich in der zeit noch null holz das ändert sich jetzt sobald die gleich abgeladen haben die jungs wir haben 35 bretter jetzt haben wir vier holz seht ihr da sind eure ersten selbst produzierten hölzer sind da 19 fischer haben wir noch wir haben 10 stahlträger und 10 kanonen das sind diese dinge die wir am anfang von dem schiff abgeladen haben die noch auf unserem schiff drauf waren so und die fällen jetzt einfach immer munter weiter und ihr erhaltet also immer mehr baumstämme jetzt ist euch sicher schon aufgefallen hier oben das was wir zum bau der häuser bauen hier unten das sind ja nicht baumstämme oder holz sondern bretter das heißt wir müssen die noch weiterverarbeiten diese baumstämme und dazu klicken wir wieder hier unten auf dieses brettersymbol die holzfäller haben wir gebaut und jetzt brauchen wir ein sägewerk und wir brauchen nicht nur ein sägewerk sondern wir brauchen mehrere denn jetzt wollen wir uns mal angucken wie viele gebäude man von jedem typ eigentlich braucht das ist eine ganz wichtige geschichte in anno 1800 wenn wir hier auf die holzfällerhütte klicken dann seht ihr holzfällerhütte produktion produktionszyklus holz 0 15 also das meint alle 15 sekunden alle 15 sekunden auf normaler spielgeschwindigkeit produziert dieser holzfäller für euch jetzt gerade einen baumstamm das heißt pro minute nach adam riese 4 ihr bekommt also 4 baumstämme pro minute wenn wir uns hier drüben das sägewerk anschauen produktionszyklus bretter das sägewerk bekommt so einen baumstamm bearbeitet den und lässt ein brett zurück sozusagen oder ein bretter stapel zurück auch 15 sekunden das heißt der braucht alle 15 sekunden einen baumstamm um dann daraus alle 15 sekunden mal wieder ein brett zu machen und das bedeutet nichts anderes als dass ihr pro holzfäller ein sägewerk bauen könnt weil sonst geht es ja nicht auf und das tolle ist wenn ihr so baut wie ich das gemacht habe dann habt ihr jetzt hier immer so kleine bereiche die noch frei sind seht ihr die hier wo also die radien von den holzfällern kann man hier sehr schön sehen gerade da wo die radien von den holzfällern so löcher haben und da kann man genau super super schön so ein sägewerk reinbauen zack hier drüben auch da baue ich die immer rein jetzt haben wir schon mal zwei und dann bauen wir ein drittes noch warte mal ich mache mir hier schon mal wieder so eine straße hin einfach nur damit ich das nicht vergesse so und das dritte sägewerk bauen wir dann einfach hier so in die ecke zack so jetzt haben wir drei sägewerke und diese sägewerke die machen jetzt folgendes die gehen jetzt entweder zum lager und holen sich da eure produzierten baumstämme ab um daraus bretter zu produzieren oder aber was die auch machen ist die schicken direkten eigenen karren los zum holzfäller und holen sich das holz da direkt ab so dass nicht immer alles erst zum lager transportiert werden muss und wieder zurück da spart man natürlich so ein paar transportwege mit wir sehen jetzt schon ich weiß es nicht wir gucken mal wir gucken mal wo der hin fährt der kommt von dem holzfäller hat da jetzt gerade bretter abgeholt und der fährt hier aber auch noch zum lager naja der fährt hier auch noch zum lager okay aber theoretisch funktioniert das werden wir früher oder später noch sehen dass die sich das dann direkt auch da abholen so und jetzt produziert ihr im prinzip schon 4 bretter pro minute mal 3 macht eben dementsprechend 12 bretter pro minute und jetzt geht es richtig aufwärts und dann könnt ihr viel mehr bauen am anfang baue ich tatsächlich immer eine produktion die doppelt so groß ist wie das hier das heißt ich baue in der regel sechs holzfäller und auch sechs sägewerke am anfang das hat dann zur folge das sieht man jetzt schon bei dreien hier erscheint jetzt so ein rotes dreieck oberhalb unseres lagerhauses was hat das zu bedeuten zu viele transporter laden verzögert sich wir klicken mal drauf ihr seht hier so ein halbkreis und dieser halbkreis da sind am anfang jetzt zwei so gedunkelte flächen mit jeweils einem karren drin danach gibt es ganz viele helle flächen ja das bedeutet ihr habt immer genau so viele sozusagen ladeplätze wo ihr also mit einem karren hinfahren könnt und da ist jemand der euren karren ablädt wie ihr so dunkle bereiche habt also dieses erste lagerhaus was wir gebaut haben das hat gerade mal zwei abladestationen sozusagen und wenn jetzt mehr als zwei karren gleichzeitig ankommen dann muss ab dem dritten karren alles weitere halt warten bis die abladeplätze wieder frei werden und dadurch kann natürlich ein riesen warenstau entstehen wenn das euch passiert regelmäßig und ihr könnt noch nicht hier auf diesen button drücken lagerhaus ausbauen weil dadurch erhaltet ihr mehr von diesen ladeplätzen dann solltet ihr einfach noch ein ladehaus bauen ladehaus ein lagerhaus wir verstehen uns also noch ein lagerhaus hier neben bauen zum beispiel oder vielleicht hier drüben hin irgendwie so dann würde das ganze ein bisschen beschleunigt im moment funktioniert bei mir ja noch wir werden jetzt gleich sehen jetzt gleich funktioniert wahrscheinlich wieder nicht da kommt noch einer anseht ihr jetzt habt ihr hier so einen orangenen und der wartet jetzt so jetzt kann er ran weil der frei geworden ist also soviel zu diesem lagerhaus prinzip okay jetzt haben wir ja so viel holz mittlerweile jetzt können wir ruhig noch ein paar mehr häuser bauen also bauen wir hier mal noch zwei häuser hin ich baue immer so sechser oder achter blöcke mit häusern denn früher oder später können in euren siedlungen feuer ausbrechen und wenn häuser direkt nebeneinander stehen das könnt ihr euch vorstellen dann greift das feuer natürlich schneller über als wenn da eine straße zwischen ist das kann trotzdem übergreifen aber es dauert ein bisschen länger und deswegen sind empfehlenswert so blöcke zu bauen ihr könnt auch 10er blöcke bauen oder vierer blöcke wie ihr das schön findet aber ich finde so eine block strukturierung auch der übersichtlichkeit halber grundsätzlich ganz sinnvoll so bauen wir hier weiter und dann bauen wir hier oben jetzt auch noch ein paar häuschen hin würde ich sagen und dann haben wir erst mal genug häuser so jetzt haben wir ein neues zwischenziel erreicht sagt uns der sprecher hier neuer stadtstatus dorf und das hat damit zu tun dass wir jetzt eine bestimmte einwohnerzahl überschritten haben nämlich die 100 einwohner wir haben jetzt über 100 bauern ihr habt hier oben so eine anzeige links steht euer derzeitiges vermögen 71.700 münzen haben wir noch die minus 86 ist unsere derzeitige bilanz wir machen also jede minute 86 münzen miese derzeit wie wir das fixen gucken uns gleich an gesamtbevölkerung liegt jetzt schon bei 115 116 ihr seht die steigt rapide an hier seht ihr also immer eure ganze bevölkerung und hier haben wir noch den sogenannten einfluss um den können wir uns später kümmern das gucken wir uns jetzt noch nicht an aber hier unten sind zwei neue symbole freigeschaltet worden durch den neuen stadtstatus dorf könnt ihr jetzt neue gebäude bauen wir müssen uns aber erstmal noch ein gebäude anschauen was wir schon etwas länger bauen können und zu diesem zweck um zu verstehen warum klicken wir jetzt mal auf eins unserer häuser unserer bauernhäuser da wo ja unser volk drin lebt um zu sehen was da so los ist genau also wir haben einen bauern der irgendwie ein bisschen unzufrieden ist eine bäuerin in dem fall hier steht zwar zufriedener bauer aber so ganz zufrieden kann die nicht sein denn wenn ihr mal schaut hier unten sind sogenannte bedürfnisse aufgeführt ja also so wie ihr zu hause wenn ihr hunger habt euch was zu essen holt aus dem kühlschrank und das habt ihr irgendwo im supermarkt eingekauft das ist ja so eine befriedigung eures bedürfnisses nach einkauf wenn da ein supermarkt ist genauso haben diese einwohner hier auch bedürfnisse die ihr befriedigen müsst damit die zufrieden sind euch nicht die hütte ein rennen und damit die steuern zahlen ja jetzt sinkt die das war toll da kann man ruhig mal klatschen aber jetzt geht's weiter so und zwar haben wir hier das grundbedürfnis nach markt das ist das beispiel mit dem supermarkt die müssen also einen markt in reichweite haben und nur wenn dieser balken hier grün ist ist das bedürfnis zu 100 prozent erfüllt und jetzt könnt ihr auf diesen markt das war ja das erste gebäude was wir gebaut haben nämlich dieses hier wenn ihr da drauf klickt dann seht ihr dass sich die straßen grün einfärben und da seht ihr die reichweite eures marktes dran also da wo dieses kernige helle satte grün ist da ist das noch ziemlich gut erfüllt das bedürfnis ihr seht hier hinten wird das grün ganz schön schmacht ganz schmatt schmatt schwach und matt schmatt also hier wird das grün ganz schön schwach ja und das hat einfach damit zu tun dass hier dann das bedürfnis nicht mehr erfüllt wäre wenn ihr ein haus hier hinten baut das heißt deswegen hatten wir auch gesagt wir bauen das zentral dieses gebäude und eure anderen bauernhäuser drumherum damit ihr die eben dementsprechend hier schon gut versorgt habt am anfang so gucken wir uns an was gibt es noch für bedürfnisse ja die wollen fische essen im moment ist das bedürfnis nach fischen noch zu 100 prozent erfüllt warum weil wir ja in unserem lagerhaus haben wir ja gesehen hier noch 16 fische haben die werden aber verbraucht habt ihr gesehen zack jetzt haben wir schon noch 15 wir müssen also schleunigst sehen dass wir irgendwie fische herstellen damit unsere bevölkerung hier fische bekommt ja und das geht ganz einfach indem ihr unten auf die fischerei jetzt klickt und dann könnt ihr ein fischereigebäude bauen und das ist ein sogenanntes küstengebäude und küstengebäude könnt ihr nicht hier wie man jetzt sieht hier so mitten aufs land bauen ergibt ja auch keinen sinn wie soll der da angeln so ihr könnt die früher war das so früher konnte man die hier nur so an die küste bauen seht ihr die dockt dann hier so an an die küste die fischerei ihr könnt mittlerweile aber diese gebäude auch hier in diesem hafenbereich in diesem gegrauten völlig frei bewegen ihr könnt also theoretisch ich zeige euch das mal gerade im blau pause modus ihr könnt die hier hin bauen und ihr könnt die hier hin bauen so was ist der blau pause modus ich habe jetzt gebäude vorgebaut das ist total praktisch das ist super ich habe die jetzt hier mal hingesetzt einfach um mir anzugucken ist das gut wo das gebäude hier steht oder nicht ich habe es aber noch nicht gebaut also ich habe noch keine rohstoffe dafür verwendet jetzt und dann kann ich es halt hinterher einfach theoretisch wieder abreißen wie geht das hier unten rechts hier unten rechts habt ihr so ein schieber das passiert auch ganz vielen einsteigern schon mal dass die auf einmal gebäude bauen wollen und können nur noch diese durchsichtigen blauen dinger hier hin bauen und wundern sich dann warum meine gebäude nicht richtig gebaut werden dann habt ihr aus versehen den blau pause modus aktiviert das geht hier unten rechts hier ist so ein schieber seht ihr das blau pause modus wenn ihr jetzt hier hin klickt macht ihr den wieder aus zack wenn ihr jetzt was baut baut ihr wieder ganz normal wenn ihr den schieber wieder hier rüber schiebt mit der maus zack seid ihr im blau pause modus und baut so wie ich hier gerade diese gebäude eben einmal ganz entspannt nur als planung sozusagen dahin so die hier wollen wir wieder weg machen ich finde natürlich die jetzt hier am hafen viel schöner beziehungsweise wir wollen die hier jetzt vielleicht ein bisschen näher anschieben an unsere wir bauen mal direkt zwei fische rein ja ganz entspannt und wenn wir die jetzt ausbauen wollen dann drücken wir einfach nur die taste u dann kriegen die hier so einen kleinen pfeil oben drüber und dann könnt ihr jetzt hier aus dem blau pause modus theoretisch direkt ausbauen so auch natürlich wieder mit einer straße anschließen gar keine frage damit das alles zusammenhängt und jetzt produzieren hier ihr seht dass die beiden schiffchen fahren los die produzieren euch jetzt entsprechend fische haben wir das auch das heißt um die fisch versorgung brauchen wir uns jetzt erstmal in in naher zukunft keine gedanken zu machen ihr seht das holz das geht hier immer weiter den berg auf wir haben schon 68 stück bzw die bretter ihre holz und bretter wenn ihr mainstream mal schaut werdet ihr merken hat der heinz schwierigkeiten mit also es sind bretter natürlich bittet um entschuldigung so jetzt brauchen wir noch ein paar häuser dran damit wir einfach noch ein paar mehr einwohner bekommen die verbrauchen natürlich dann wiederum mehr fisch deswegen sage ich wir brauchen uns jetzt erstmal nicht um fisch kümmern irgendwann werden wir vielleicht noch mal wieder welchen brauchen weil er natürlich dann zu schnell verbraucht wird so perfekt das wäre jetzt also diese geschichte hier und jetzt klicken wir noch mal wieder auf das bauernhaus denn es gibt noch ein drittes bedürfnis wir haben also jetzt marktplatz check ist grün wir haben fische check auch grün aber wir haben hier noch was weiteres wir gehen aber mit dem mouse cursor drauf arbeitskleidung die bauern wollen arbeitskleidung die wollen natürlich nicht in ihren schönen sonntags anzügen zur arbeit gehen sondern die wollen entsprechend arbeitskleidung haben damit sie sich auch ein bisschen schmuddelig machen können und eventuell auch geschützt sind weiß nicht gab es damals schon so stahlkappen schuhe ich habe keine ahnung und jetzt müssen wir arbeitskleidung produzieren und das können wir natürlich hier über dieses arbeitskleidungs icon über dieses menü wo wir arbeitskleidungsgebäude bauen können und wir sehen wieder das ist ein zweistufiger produktionsproduzess produktionsprozess mein gott das sprachzentrum ist heute schon wieder schwierig wir haben hier die schäferei und die produziert uns steht hier jetzt wolle 30 sekunden alle 30 sekunden produziert die schäferei einfach so wolle für uns und diese wolle müssen wir dann zu einer weberei bringen ist ja ein bisschen logisch weil der weber der macht dann daraus arbeitskleidung lasst uns das bauen lasst uns das ausprobieren wir gehen hier irgendwo in die nähe wo platz ist hier ist platz wunderbar oder soll man hier hingehen ist eigentlich egal wo ihr das hin ich überlege jetzt gerade nicht kommen wir machen es mal irgendwo anders hin wir machen das hier hin hier ist auch schön so also bauen wir jetzt erstmal so eine schäferei und ihr seht wieder die schäferei ist so ein gebäude ich zeige es mal ein bisschen wo es dunkel ist hier kann man es gut sehen die schäferei hat auch wieder so ein radius klar die brauchen natürlich weiden wo die dann ihre schafe weiden lassen können also bauen wir die schäferei ein bisschen mit platz natürlich dementsprechend ich baue die jetzt mal so wo baue ich die denn hin ich baue die mal so hier hin aber es ist ein bisschen anders als vorhin beim holzfäller weil der holzfäller fing er jetzt einfach an los zu rennen und da das gebiet zu nutzen das macht die schäferei nicht ihr werdet merken wenn ich die jetzt hier so stehen lasse da passiert rein gar nichts hier der karren steht noch da obwohl die straße angeschlossen ist und hier zzz die sind noch am pennen denn ihr müsst denen jetzt weidegebiete explizit zuweisen diesem schäfer und das geht so in dem ihr hier unten rechts wenn ihr das gebäude angeklickt habt ihr kriegt die schäferei an dann könnt ihr hier den schafpferch bauen damit die nicht weglaufen ja was haben wir jetzt für eine meldung kein lagerhaus in reichweite okay das ist das nächste was wir machen pass auf wir bauen erstmal ein lagerhaus so lagerhaus haben wir aber jetzt kommt die meldung fehlender schafpferch so haben wir uns gerade angeschaut anklicken hier draufgeklickt und jetzt seht ihr hier kann ich jetzt so wir gehen wieder ins dunkle hier kann ich so weidegebiete bauen da baue ich jetzt einfach mal drei stück drumherum weil drei stück braucht ihr seht rechts unten modulobergrenze zwei von drei jetzt kommt das dritte drei von drei super und jetzt haben wir unsere erste schäferei und die produktivität steigt hier die produktivitätszahl denn die fangen jetzt an hier schafe einzupferchen und dementsprechend wolle zu produzieren alle 30 sekunden eins wir wollen aber ja arbeitskleidung keine wolle dementsprechend gehen wir ein weiter und zwar hier auf die weberei und die weberei bauen wir einfach hier hin das ist einfach nur so ein gebäude was man baut und schon ist man fertig zack kostet 400 dollar und dann haben wir eine weberei und die weberei wenn wir uns das hier noch mal anschauen da die braucht auch 30 sekunden also wieder alle 30 sekunden produziert eine schäferei eine wolle und alle 30 sekunden verarbeitet eine arbeitskleidungsweberei weberei das weiter bedeutet also im endeffekt das geht wieder genau auf wir wollen direkt mal noch eine bauen damit ein bisschen puffer haben würde ich euch auch immer empfehlen baut am anfang mal mindestens zwei davon jeweils so dann bauen wir hier noch eine weberei daneben zack und schon passt das ganze jetzt haben wir also auch eine arbeitskleidungsproduktion ja und jetzt steht uns eigentlich nichts mehr im wege um jetzt gleich sogar schon zur zweiten bevölkerungsschicht aufzusteigen denn wenn wir gesehen wir können ja bisher nur bauernhäuser bauen und wir haben auch nur bauern hier oben noch mal schnell geschaut mittlerweile 329 einwohner die bilanz hat sich weiter verschlechtert um das thema bilanz kümmern wir uns aber gleich kann ich vielleicht gleich noch zwei drei worte schon mal zu sagen beim nächsten mal werden wir aber definitiv mehr mit der bilanz machen aber von den 330 einwohnern sind auch 330 nur bauern derzeit so jetzt müssen wir warten bis natürlich unsere ersten arbeitskleidungen hier hinten produziert worden sind das dauert jetzt einen kleinen moment und sobald die dann eingelagert sind haben die leute über den marktplatz hier wieder zugriff auf diese arbeitskleidung und können sich die abholen also gucken wir mal gerade noch passiert da gar nichts ist noch nichts dann können wir die zeit nutzen und mal über die bilanz sprechen wie funktioniert das mit der bilanz also wenn ihr euch hier anschaut unzufriedener bauer jetzt hier seht ihr schon die arbeitskleidung steigt da kommen die ersten arbeitskleidungen an die bauern zahlen euch im prinzip steuern und diese steuern bilden eure ja eigentlich haupteinnahmequelle hier in anno 1800 und wenn ihr da jetzt mal schaut steht hier immer bei den jeweiligen bedürfnissen was die euch liefern also wenn ihr das bedürfnis nach einem markt erfüllt wie ihr seht dann erhaltet ihr fünf bauern zusätzlich pro haus das ist völlig normal ihr müsst am anfang einen marktplatz haben deswegen wenn ihr ein haus baut wo ein marktplatz ist ziehen da automatisch immer fünf menschen ein ihr seht im moment wohnen bei mir acht von zehn das hat damit zu tun wir haben das bedürfnis nach fisch schon erfüllt und da ziehen drei weitere bauern ein fünf plus drei macht acht deswegen haben wir mit acht bauern jetzt gerade eben seht ihr ist der neunte bauer eingezogen und das weil nämlich die letzten zwei bauern erst dann kommen wenn ihr das bedürfnis nach arbeitskleidung stillt ja also je mehr bedürfnisse erfüllt umso besser ausgelastet werden eure wohnhäuser umso mehr einwohner habt ihr und so mehr steuern kassiert er natürlich weil mehr personen da sind hier steht ja auch immer noch mal ein münzenbeitrag drunter also dieses gerade erfüllte bedürfnis nach arbeitskleidung bringt euch drei münzen in diesem haus pro minute zusätzlich der fisch brachte eine münze das marktgebäude brachte gar keine münzen das ist so ein grundbedürfnis ohne das geht es halt einfach gar nicht das heißt wir verdienen jetzt durch die erfüllung von arbeitskleidung und fische pro haus vier münzen zusätzlich und deswegen ist unsere bilanz von gerade über minus 200 jetzt auch schon auf minus 172 verbessert ja so funktioniert das grundsätzlich mit der bilanz was man da jetzt noch machen kann dass man die bilanz weiter verbessert dass man eben nicht miese macht ich finde es am anfang bei den bauern bevor ihr nicht zu den arbeitern aufgestiegen seid völlig okay wenn ihr da im negativen bereich seid ihr könnt natürlich jederzeit mehr häuser bauen das immer so der tipp beim einstieg einfach mehr häuser bauen ist ziehen mehr leute ein und schon habt ihr entsprechend hier mehr einwohner die steuern zahlen und schon verbessert sich die bilanz ihr seht jetzt 169 165 wir bauen mal noch ein paar häuschen mehr wir eskalieren jetzt mal gerade richtig mit den häusern einfach nur um diesen effekt einmal zu demonstrieren also das ist so der tipp nummer eins am anfang mehr häuser bauen das funktioniert natürlich nur dann wenn ihr auch für diese neuen einwohner die dann einziehen in eure neuen häuser genug von diesen waren habt um die bedürfnisse zu erfüllen deswegen zwei fischerhütten und schon mal zwei arbeitskleidung produktionen damit ihr da einen gewissen puffer habt das geht aber relativ schnell da braucht ihr von beidem auch die dritte vierte fünfte sechste produktion das muss man immer so ein bisschen im blick behalten wie genau das funktioniert gucken uns aber ein klein bisschen später an ich sage nur das stichwort ist statistik in anno 1800 wer da jetzt schon bock hat richtig tief einzusteigen wir verlinken mal wieder ein video oben hier mein meist geklicktes anno 1800 video nämlich das zum thema statistik nutzen so jetzt schauen wir uns mal an wie die bedürfnisse erfüllt sind alle zu 100 prozent ja wir haben also die arbeitskleidung zu 100 prozent erfüllt das marktbedürfnis und auch das fischbedürfnis und das bedeutet nichts anderes als der zehnte einwohner ist eingestiegen und immer dann wenn das haus voll besetzt ist und die super zufrieden sind dann könnt ihr die zu einer neuen bevölkerungsschicht aufsteigen lassen und das ist auch das letzte was wir heute in dieser ersten folge machen wollen wir wollen also diesen bauern jetzt aufsteigen lassen zu einem arbeiter und das machen wir indem wir hier auf diesen knopf drücken einwohneraufstieg achtung und ihr seht wir haben ein neues zwischenziel erreicht das zeitalter der industrialisierung da guckt uns der arbeiter an es werden schon geteasert hier neue waren mit denen wir es zu tun bekommen werden und man sieht dieses haus hier sieht doch jetzt gänzlich anders aus als die anderen ist ein bisschen größer die ersten arbeiter ziehen ein wunderbar wir wollen ein paar mehr arbeiter noch haben und jetzt könnt ihr auch folgendes machen vorhin als wir diese blaupause genutzt habe ich gesagt ihr drückt einfach und könnt dann häuser ausbauen das funktioniert bei den wohnhäusern wenn ihr sie denn aufsteigen lassen könnt auch ich drücke mal und jetzt seht ihr schon alle die 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 bedürfnisse zu 100 prozent erfüllt haben die wollen jetzt aufsteigen jetzt könnt ihr hier einfach so drüber ziehen maustaste gedrückt halten zack und zum beispiel so einen kompletten block zu arbeitern aufsteigen lassen das ist ganz schön cool und somit haben wir das heutige tagesziel für unsere erste folge schon erreicht wir haben also gemeinsam die ersten arbeiter einziehen lassen und wir sehen jetzt hier schon wenn wir auf dieses arbeiterhaus draufklicken hier gibt es jetzt jede menge mehr grundbedürfnisse nächste mal gucken wir uns diesen zweiten reiter hier nämlich der zufriedenheitsbedürfnisse auch noch mal genauer an und was man auch sehen kann die bezahlen mehr geld die bezahlen definitiv mehr geld diese arbeiter unsere bilanz hat sich auf minus 30 verbessert das ist ja jetzt schon fast bei null da sind wir auf einem sehr guten weg wenn wir jetzt noch mal gerade ein paar leute zu arbeitern kommen wir machen noch einen block zu arbeitern aber so einen kleinen hier vorne würde ich sagen so viele brauchen wir erstmal noch nicht so dann sind wir jetzt auch definitiv schon in einer positiven bilanz so schnell kann das gehen und deswegen sage ich macht euch keine sorgen wenn ihr bei den bauern mal eine negative bilanz habt spätestens bei den arbeitern ist das ganz schnell schnee von gestern ich verliere jetzt gar kein geld mehr sieht man hier daran dass das immer so hin und her wirbelt gerade bin also bei exakt null und ja soviel zum ersten mal wir können jetzt hier oben bei der gesamtbevölkerung sehen die insel eutkob besitzt jetzt 586 einwohner und jetzt ist das hier auch schon aufgesplittet nach 469 bauern und 120 arbeitern wenn ihr fragen zu dieser ersten ausgabe habt schreibt die gerne alle rein in die kommentare ich versuche da möglichst viel von zu beantworten vielleicht gibt es ja auch schon den ein oder anderen von euch der ein paar fragen unten beantworten kann und ansonsten sehen wir uns schon sehr bald wieder zur zweiten ausgabe hier bei unserem einsteiger anno 1800 let's play vom kontor bis zum ersten investor macht's gut ich hoffe ihr hattet so viel spaß wie ich bis zum nächsten mal ciao